Die Europäische Union muss entweder entweder einen anderen Kurseinschlag oder sie entscheiden. Das ist meine Prognose. Wie soll dieser Weg nach Europa ausschauen, den sich auch die Österreicherinnen und Österreicher wünschen? Bewusst nicht in einer Pro, wie auch die Positionen. Der nächste, was ist der Spitze unserer Spitze? Kärnten, Kärnten, Kulheim. Neuzugang in Richtung der Bürgerlichen. Ein sehr wichtiger Punkt. Sieh jetzt uns zu Verhältnissen rund um Österreich. Der weiß, was an Österreich schätzen, wann sie sprechen. Vor allem in einer Zeit, wo sich die Menschen zunehmend von den Gedanken Europas etwas distanzieren. Karl der Große hat mit dem fräkischen Reich schon das erste Mal Europa gebaut gehabt. Da gab es diese ganze Funktionärskriege, die sind ja immer wieder draußen noch gar nicht. Funktionärselite. Funktionärskriege. Aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und nach dem Zusammenbruch der Kommunistenstaaten in Ost-Europa und der sogenannten Wiedervereinigung Deutschlands. Da auf einmal hat man begonnen, in Europa eine ganz andere Entwicklung in Gang zu setzen. Das war der Zeitpunkt, wo wir dann und die Jörg Weide gesagt haben, das ist die falsche Entwicklung. Recht hat er gesagt. Das ist ein trojanisches Pferd, meine Damen und Herren. Aber was sagt Österreich drauf, wenn der Lissabon-Vertrag kommt? Meine Damen und Herren, das ist die Abgebildungheit, mit der man schlicht und einfach über den Wähler der Allee schon vollkommen rüberfährt und da nicht nur schluss sein, meine Damen und Herren. Wieso stehe ich jetzt hier für Ihnen? Eigentlich ist ein Kern der Schuld. Oder zum großen Teil der Schuld. Aber nicht der Kern, mit dem Sie vielleicht vorliegen denken. Es ist nicht der Jörg, mein Freund oder der Otto. Otto ist nicht mein Großvater. Ich möchte was verändern. Ich bin naiv, politisch naiv. Was können Sie von mir erwarten? Ich bin ein Katholik, politischer Katholik. Und muss leider wissen, dass die EU und unsere Gesellschaft sich daran in die Richtigkeit wegentwickelt. Wenn man den Katholizismus ernst nimmt persönlich, das ist so schwierig. Aber es gibt etwas, was man politisch anzubieten kann. Einfach wie ein Staat organisiert sein soll, eine unorganisiert sein soll. Und genau das, was jetzt passiert ist falsch. Ich werde katholische Forderungen vertreten. Ich persönlich bedanke mich für Ihnen allen, dass Sie mir, dass Sie uns politischen Katholiken politisches Asyl gewähren sind. Danke, danke für dieses politische Asyl. Wir Katholiken werden uns mit vielen, vielen, vielen Stimmen beruern. Danke. Vielen Dank. Applaus